So, weiter geht's mit unserer Stadt. Vierter Teil. Schauen wir mal, dass wir es geschafft haben schon. Staus haben wir schon geschafft. Okay. Das ist natürlich der blanke Chaos hier. Können wir mal nachschauen. Aber wo rot ist, ist viel Traffic, aber wo grün ist, geht's. Hier geht's. Okay. Der Gang aus mir hat schon wieder. Warum? Weil voll ist. Okay, voll ist es. Anbau. Zack. Wir haben uns mit dem Krankenwagen dazu. So, dass wir schneller reagieren können. So. So, die Polizei. Passt. Vorher haben wir das auch noch. Gut drin. Okay. Sieht so mit unserer Kohle aus. Machen wir im Moment ein Plus von 3000. 3000 ist gut. Machen wir mal hier oben weiter. Machen wir mal hier oben weiter. Und jetzt ist es schon ein kleiner Stau. Ja. Jetzt ist es schon ein kleiner Stau. Jetzt ist es schon ein kleiner Stau. wir wollen alle da eine wohnen alle da die wohnen alle hier wahrscheinlich ist das der kürzeste weg dahin nicht wieder hier ein wohnes in waldes ok schauen wir weiter passiert sollten die sich eigentlich teilen auch hier lang fahren ok jetzt hier weiter verbinden wir den schmalen mit der fertig theoretisch eine runde rumfahren ein bisschen investieren schafft arbeitsplätze ja 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 das ja ja das ist Ich habe den groben Teil noch drunter, raus damit. Ich meine, die wollen, die sich da schon immer hingepflanzt hat. Ja, da fackelt es schon wieder und genau das ist ein Problem. Der Feuerwehrwagen muss jetzt da hin, weil der brennt, aber hier ist total der Stau. Der brennt jetzt praktisch die Hütte ab. Der brennt jetzt praktisch die Hütte ab. Der brennt jetzt praktisch die Hütte ab. hat freiheit noch das ist noch nicht so ideal oder wird schon noch da brennt auch der verbrecher werden ja bitte kreuzung freihalten mann ja wir müssen jetzt hier weiter machen das hilft nicht Ah, wollte gar nicht. So. Okay, passt. Oh. Einwohner her, 20.000 haben wir. Nächster gibt es bei 30. Passt. Passt hoch. Das ist vernünftig. Das sieht ein Strömlinger aus. Passt. Passt. Passt hoch. Gut, jetzt ist hier natürlich Nahverkehr. Ne? Und die wollen Touristen haben. Dann renovieren wir mal, wenn du so erfolgreich bist. So. Oh, jetzt schauen wir mal, ob die Staus besser aussieht. Jetzt sind die Staus. Na komm. Denn ihr solltet jetzt ruhiger werden. Jetzt siehst du mal, dass gut was. Jetzt ist es los. Jetzt sind sie alle zahmet. Jetzt sind sie alle zahmet. passt, okay, es ist jetzt total übel Vielen Dank. Da ist ja wieder die Kugel drunter. Wann, 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 wann. So, schau mal, was passiert? Haben wir Einwohner? Haben wir Chaos? Was? Boah, da staut sich schon alles. Schau, ja. Ja, das hilft jetzt nichts. Müssen wir jetzt durch. Mit der Polizei los. Ein Buch in der Dunkelheit. Ah, Dunkelheit heißt, wir haben keinen Strom. Warum? Warum? Wir hatten den nicht. Naja, hat eine Grenze, deswegen. Aber wir haben hier noch Kohle. Abwasser fehlt. Wir brauchen jetzt erstmal ein vernünftiges Kraftwerk. Und zwar mit Öl betrieben. So. Klar, globale Lieferung annehmen. Schildchen. Und mit dem müsste ich jetzt nicht, ob ich den abreißen kann, weil... Ich brauche jetzt keinen neuen, weil der erzeugt hier noch Strom. Dann kann ich den Bünder unten ab auch reißen. Na klar, weg damit. So. Kann man was mir grad auch. Weil... Es war voll. Aha. Wird der Problem nehmen? Nix. Okay, schauen wir mal da. 50.000, wenn der hier alles im Brand stecken darf. Feuerwerk. Na klar. Machen Feuerwerk. Geflossen. Wir brauchen Strom. Wir brauchen Strom. Also auf, jetzt wieder hoch. Sehr gut. Strom. Strom haben wir schon mal. Mach hier ein Feuerwerk. und steckt hier alles in Brand. Oh, eben die 30.000. Sehr gut. Gratos. So, hat Bomben als nächstes. Sicherheit haben wir. Verkehr. Finanz. Bildung. Oh, jetzt muss ich jetzt Erfeilung. Zack. Oh, hier brennt alles. Licht hallo. Oh, hier brennt alles. Oh, hier brennt alles. Na ja, so ist das. Ich kann da wegen dem Wasser. Oh, ja, Wasser. Wasser ist auch in die Gelände. Oh, ja. Die Matatomilmann ist schon einmal wieder rüber. Okay. Wirklich ein bisschen in Ordnung. Auf den Müllwagen dazu mal brauen. Zutatlichen. Sehr gut. Jetzt ist es bald voll. Brauchen wir dazu, dass wir hier Zellen nennen wollen. Wollen wir gerne nehmen. Okay. So, jetzt mal reichen die Platz. Ein paar hier fangen, ne? Sieht noch nicht so schlecht aus. So. Wurde mir davor. Okay. Okay. Da fackelt und fackelt und fackelt. Kriegt aber 50.000 für die Mission. Das ist ja mal ganz gut. Wollte gerade erledigt sein. Die muss ich mal abreißen hier. Sechs Häuser. Wurde zum Hohlklicken, dann kommt man genau da hin. Okay. Passt. Dann weiter schfucken. So. Das muss ja gleich richtig sein hier. Ein bisschen. Da brennt's schon mal nach. Die machen nicht mehr lange, denn da haben die Schnurze voll. So. Bist du das erledigt? Genau. 50.000. Sehr gut. So. 50.000 Chaos. Guckt euch mal das Chaos an hier. Ist ja Wahnsinn. Wo wollen die alle hin? Ja. Na, wir müssen noch hier. Müssen wir mal machen, dass die noch darüber kommen, weil im Moment habe ich ja bloß die und das ist da. Und das ist doch gleich. Und das ist ja echt echt der blanke Horror. So. So sieht's schon mal gut aus. Boah. Das ist ein Bug hier. Ich will da ja keine Industrie haben. Das hat er einfach da hingemacht. So. Und schon sollten hier hinten weniger sein. Die jetzt die Möglichkeit haben, hier ohne lang zu fahren. Die jetzt die Möglichkeit haben, hier ohne lang zu fahren. Und das ist ja auch nicht. 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 Schau mal, hier machen wir den Tunnel hin, das ist dann, wo ist denn hier eine Kreuzung dann wollte ich mich verarschen Ich weiß nicht, dass ich das nicht. tja dann wird wohl wahrscheinlich die Straße hier ja nicht so dass er mit hat die ist natürlich total logisch die Straße hier können wir mal abreißen ein bisschen verbessern ja 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 okay hier noch ein bisschen blau hin und jetzt wollte ich eigentlich ja 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 jetzt hat sich schnell der tunnel hier drunter macht alles kaputt das würde zum beispiel funktionieren aber da brauche ich nicht mehr gehabt da schon eine Straße ach ach ne ja gut ja 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 Das ist folie.